Gelegentlich werden wir von Verkäufern gefragt, ob wir die Immobilie so öffentlich anbieten müssen. Gründe sind verschiedener Art. Teilweise wollen sie nicht, dass man ihnen die Wohnung ins Haus reinschaut. Teilweise sollen es die Nachbarn nicht sehen, das Objekt, dass es verkauft wird. Und es kommt auch vor, dass die Personen aus dem öffentlichen Leben kommen und da wollen sie überhaupt alles ein bisschen gedeckt halten. Für diesen Weg gibt es eine spezielle Angebotsform und zwar das nennt sich Secret Sales Verkauf oder Leise Verkauf. Wir bieten das Objekt ausschließlich Kunden aus unserer Datenbank an. Das sind circa 30.000 Kunden, die wir in der Datenbank haben und davon je noch Objekt Art und Immobilie circa 1.500 bis 2.500 Interessenten schreiben wir an. Die werden dann runtergefiltert, sodass zum Schluss vielleicht 150 bis 2.500 Interessenten bleiben. Und das ist eine gute Ausgangslage, den maximalen Preis zu erzielen.